Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie alle diese nächsten vier Tage nach Öhringen einladen. Unsere wunderschöne große Kreisstadt blüht vier Tage richtig wieder auf nach unserer Gartenschau 2016. Also wir haben hier, wenn Sie rumschauen, unsere Messe im Park, wir haben unseren wunderschönen Hofgarten und das sind 150 Stände, wunderschöne Pagode, Essen trinken, unsere Innenstadt mit dem Schloss, mit dem Marktplatz, mit den Partnerstätten. Am Sonntag verkauft es auch nur Sonntag und ich kann Sie alle nur animieren, besuchen Sie am Wochenende oder die nächsten vier Tage unsere Messe hier in Öhringen. Es wird ein Hochgenuss sein, auch bei diesem wunderschönen Wetter und wir freuen uns auf Sie. Ihr Tüter Michler, Oberbürgermeister aus Öhringen. Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's. системNews. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, level four.